Tach Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Magisite. So, wir sind hier im ersten Dorf. Och nee, nicht dein Ernst. Och, schade. Es gibt keine Axt, die in meiner Kaufreichweite wäre. Und das ist sehr schlecht, weil außer von kaufen komme ich ja in keine Axt bei der Klasse. Das ist sehr scheiße. Naja, nichtsdestotrotz schmelzen wir erst mal unser ganzes Zeug ein. Beziehungsweise wir haben ja nur Eisen. Den Rest kann man ja so machen. Ach, 38 noch hält noch. Alles easy. Und dann? Ich würde mir ja gerne danach eine Eisenspitzhacke machen. Und das Goldium-Ding ist da. Okay, dann hebe ich das für einen Spitzhack auf. Wir haben noch keinen Bogen. Steine hebe ich mir. Obwohl, soll ich die mir für Pfeile aufheben oder jetzt schon in Rüstung verwandeln? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich mache sie dann in Pfeile. Okay, dann können wir noch Schrott verkaufen. Wie zum Beispiel die Kohle. Die ist zwar gar nicht so schrottig, aber ich benutze irgendwie... Ach, Bones haben wir noch. Das ist natürlich gut. Da können wir noch... Ja, doch, Mann. Oder? Ja, klar, doch. Soll ich mir... Helm oder... Oder ich mache Helm. Gut. Da würde ich sagen, war es das schon, was wir hier machen konnten. Und wir müssen ohne Schwert weiterziehen. Wäre echt... Oh doch, wir haben genug Geld jetzt. Endlich. Gut. Hä? Achso, jetzt auf einmal. Komisch. Da haben wir der Axt. Und dann können wir auch Holz farmen. Und alles weitere machen wir uns dann in der nächsten Welt. Also im nächsten Level. Und zwar hier. Ja, na, derlisch. Na, derlisch. Na, danke schön. Danke, danke, danke. Wir haben übrigens nur noch ein Leben. Falls man es bemerkt hat. Eventuell. Ähm. Ja. Da sollte ich vielleicht mal was dagegen tun, ne? Äh. Oh, Mann. Ist jetzt die Sache. Ich mache einfach erstmal... Da, das Blade. Und wie war das jetzt? So und so. Und dann so. Genau. Und dann können wir nämlich auch hier raus. Hm? War das nicht so... Ach, nee. Man muss erst so. Dann so. Dann so. Jetzt habe ich auch ein Schwert, was... Ja, plus ein HP hat. Das bringt mir nicht viel. Weil der Wert ja nur addiert wird, so lange ich es in der Hand halte. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir jetzt keinen Schaden kriegen. Weil ansonsten sind wir sofort am Arsch. Ich glaube, ich komme später nochmal wieder, um die zu töten. Und hoffe jetzt erstmal auf Heilung. Ganz vorsichtig abraten. Und dann den Schleim töten. Perfekt. So, jetzt noch eine Gro... Ja, perfekt, perfekt. Dann können wir sofort zurückgehen und die zwei Gegner vom Anfang töten. Na, na, na. Oh, zwischendrinne. Das ist natürlich doof. Na, komm her. Jawohl. Und... Nochmal. Perfekt. Aber die ist ja jetzt egal. Ich könnte mir auch einfach noch... Was anderes kann man damit eh nicht machen. Ach nee, dafür brauchte man einen X-Handle. So und so. Eine Great X. 30 Attack Damage. Hmhm. Die könnte ich für so Bienenhäuschen... Äh... Bienenhäuschen, Bienenwaben natürlich... Äh, verwenden. Das wäre praktisch. Könnte ich die sofort alle onehitten, sobald sie rauskommen? Ich wäre echt geil. Ah. Schleim, der uns leider kein Leben gegeben hat. Also keine solche Pflanzenteile, aus denen man sich die Tränke machen kann. Wir haben noch nicht genug für einen Bogen. Da fehlt uns noch... Äh, die Seide oder Strings halt. Keine Ahnung. Und da unten sehe ich schon eine Kiste. Ich brauche Heilung. Ich brauche einfach Heilung. Äh... Ja, genau. Im Flug. Dankeschön. Jawohl. Ja, 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 ja. Jawohl. Klar. Komm halt her. Alles easy. Alles easy. Ich hab zu lange gebraucht. Ja. Na, dankeschön. Ganz ehrlich. Fuck you. Mann, so eine Scheiße. Naja. Gut. Dann würde ich sagen... Sehr krass gefällt. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst doch nur ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, was ist mit der Folge. Und... Ciao, Leute.